Was geht Freunde? Hier schon auf dem Bike. Neue Location. Wir sind in Stuttgart, denn am Wochenende findet die Hochzeit vom lieben Martin Hahn statt. Und da dachten wir, dass wir die zwei natürlich besuchen kommen. Routine darf natürlich nicht außen vor gelassen werden. Die Location hier ist bei der besten Freundin von meiner Verlobten und bietet den Vorteil, dass wir hier ganz normal umsonst hausen können. Ich hier sogar ein Cardio-Gerät habe, wie ihr sehen könnt, ich hier mit richtig geheimem Blick auf Stuttgart Cardio machen kann. Letzte Woche waren wir im Urlaub auf Zakynthos in Griechenland. Ich bin mit 122 Kilo hingeflogen, habe extra vorher ein paar Tage Low Carb gemacht und auch dort echt darauf geachtet bis Freitag. Und ab Freitag und Samstag habe ich dann richtig reingeschissen. Und dann habe ich Sonntagabend, als wir zurückkamen, 130 Kilo gewogen. Aber montags dann schon wieder 125, ordentlich Wasser gezogen. Dementsprechend gab es ab Montag bis einschließlich nächste Woche Montag oder Dienstag. Mal gucken. Eine kleine Kalorienanpassung an Trainingstagen 4150 Kalorien und an trainingsfreien 3-4. Einfach ein bisschen das Wasser zu drücken und sich für die Offseason vorzubereiten. KFA-technisch ist das alles richtig geil. Also schaut alles super aus. Aber ich bin halt so ein Wasserbüffel. Dementsprechend muss man da ein bisschen gegenarbeiten. Und am Sonntag wird ja auch auf der Hochzeit auswärts gegessen. Heute stehen so ein paar Sachen an. Ich werde mir Crocs kaufen. Ich habe richtig Bock auf die Schuhe. Dann gehen wir in den Nice Athletic Club nach Göppingen und werden dort Push trainieren. Da habe ich richtig richtig Bock drauf. Unglaublich geiles Studio. War ich erst einmal dort. Aber der Mimi weiß, was er da reinstellen muss an Geräten. Und dann geht es heute Abend noch mal zum Friseur. Ja, mal schick machen. Wir nehmen euch heute mit. Zeigen, was wir so machen. Essen, trainieren, kaufen. Viel Spaß beim Video. Frisch geduscht. Frühstück wurde auch schon vorbereitet. Guckt euch das mal an. Freunde, wisst ihr wie viel da drin ist? Und wie viel hier drin ist? Hier sind 80 Gramm Haferflocken. Mit, glaube ich, 800 Milliliter Wasser. 15 Gramm Flohsamenschalen. Aufgekocht. Heiß. Und dann in die Mikro gepackt. Beziehungsweise hier hatten wir jetzt keine Mikrowelle. Aber das ging auch ziemlich gut mit dem Wasserkocher. Dann kamen hier noch 250 Gramm Alka rein. 2 Volleier und 20 Gramm Whey. Hier mal das Bettel Isolat im Geschmack Vanille. 100 Gramm Beeren. Das ist mein Frühstück. Das hat, glaube ich, 600 Kalorien und ist halt irgendwie so anderthalb Kilo schwer. Für meine Verlobte, ich finde es so schön, das zu sagen, gibt es hier gerade mal 30 Gramm Haferflocken. Und das ist halt auch so ein Bottich. Also mega krass. Das werden wir jetzt essen. Dann werden wir ein bisschen Mealprep machen für den heutigen Tag. Und dann, denke ich, fahren wir in die Stadt. Kaffee ist auch am Stiesel hier. Und ich muss echt sagen, ich will auch eine Kochinsel. Das finde ich super. Das sieht doch, guck mal, wie amerikanisch das hier aussieht. Macbook, Kaffee, Whey. Einfach perfekt. Cardio habe ich tatsächlich nur in 20 Minuten gemacht, weil das Fahrrad sehr, sehr unbequem ist. Und ich, glaube ich, mehr Cortisol ausgeschüttet habe, als nach 5 Stunden Cardio. Ich werde 20 Minuten dann nochmal nach dem Training machen. Sprich, dann haben wir ein bisschen mehr gemacht. Aber das ist völlig in Ordnung, weil wir wollen ja auch ein bisschen die Form verbessern. Wobei ich echt sagen muss, hier im Spiegel, der Arsch ist streifig bei über 120 Kilo. Läuft. Ah, was machen wir hier? Hähnchen kaufen. Wie viel haben wir hier? 400 Gramm. 400 Gramm für zwei Portionen. Hier haben wir 160 Gramm Reis. Und Gemüse. Ist im Tee, ja. Kommst du in das Hähnchen rein? Ja. Okay, ich will nicht dieses komische Mischgemüse. Oder nur wenig. Okay. Lieber das Paprika. Okay. Danke. Und jetzt wurde auch das Meal Prep vollendet. Ich muss echt sagen, die Mahlzeiten sehen gut aus. Ich zeige euch das jetzt mal. Denn wir haben hier für mich ganz neu Risotto statt Reis. Einfach weil wir jetzt hier gerade kein Reis hatten. Aber Risotto sollte den Job ebenfalls erledigen. Meine Freundin hat schon gesagt, sie hat es ein bisschen zu scharf gewürzt. Ich habe einmal kurz probiert die Soße bzw. die Gewürze. Ist auf jeden Fall doll. Aber ich kriege das schon runter. Also hier haben wir jetzt zweimal 80 Gramm Reis, 200 Gramm Hähnchen und ungefähr zweimal 200 Gramm Gemüse. Und hier haben wir unsere Pre-Workout Mahlzeit 80 Gramm Reis mit 50 Gramm Whey, 50 Gramm Beeren, 50 Gramm Banane, Zimt, 2 Gramm Salz, hier ebenfalls 2 Gramm Salz pro Portion. Und dann nehme ich mir mit für meinen Intra und jetzt gehen wir erst mal in die Stadt. Mikrofon an. Jetzt schweben wir hier alle. Ja. Was geht ihr da? Wo sind wir hier? In Stuttgart. Zeit? Zeitlos. Zeitlos, Hashtag 1, bester Friseur in Stuttgart, hier bei Dennis. Wenn ihr einen gescheiten Haarschnitt braucht, checkt ihn ab. Hier ist dein Insta. Dennis Barber 0711. Blenden wir ein, auf jeden Fall. Zeig mal meine Crocs. Ich habe Crocs bekommen, Freunde. Richtig cool, mit JS. Zeig mal. Ja, dir. So, jetzt muss ich meinen Kopf wieder gerade machen, sonst verkackt man mein Haar. Sonst gibt es die Hörer. Es gibt, by the way, keine. Also, das ist jetzt. Keine Färbung oder sonst was. Das ist nur eine Maske. Weil mir die Haare sonst ausfallen, Freunde. Weil mein letzter Berber, der hat mir durch die Haare gelangt, weil ich sagt, wenn ich jetzt jetzt nochmal blondiere, dann hast du nichts mehr auf dem Kopf. Deswegen lassen wir den Jay Cutler jetzt rauswachsen. Ich finde halt, im oberen Bereich ist es immer gut, wenn du dieses Schauchtisch, das mit, weil es gibt dann so diesen Kontrast wie Augenbrauen zum Beispiel. Wenn die sauber gezupft sind, sieht das halt nochmal anders aus. Und im Hals kommt dann drauf an, ob du das Auslaufen hast willst oder ob du da dann wirklich auch sagst, hey, krasse Kontur. Dann hau noch auf die Länge. Wenn du deine Wohnung verlassen hast, dann verstehe ich mir nicht. Deshalb haben wir ja dann groß genug. Ihr freut eigentlich zwei so. Eine für dich, eine für mich. Ja. Also ich hab mir oben so ein bisschen sauber gemacht. Ich bin mega zufrieden. Mega geil. Dankeschön. So. I'm ready. So wollen wir auch. So wie überall. Jetzt sind wir auf jeden Fall wieder fresh. Richtig fresh. Das nervt mich, weil ich jetzt immer diesen Haarschnitt will. Und ich kann halt nicht immer sieben Stunden hierher fangen. Aber ich, ich hab ja Zeit. Wir haben jetzt mittlerweile 19.43 Uhr. Wir waren die ganze Zeit in der Stadt. Mal ein bisschen shoppen. Wie gesagt, Crocs eingekauft. Und gehen, oder haben uns dazu entschieden, dass wir dann nach dem Friseur trainieren gehen, weil es definitiv stressfreier ist. Wir fahren jetzt zurück zu unserer Wohnung. Dann werden wir auch direkt Pre-Workout essen, weil wir ungefähr 40 Minuten ins Nice Athletic Club fahren. Und dann werden wir dort schön trainieren. Hat bis 0 Uhr auf. Dementsprechend passt es auch zeitlich alles. Wie gesagt, ich werde danach nochmal 20 Minuten Cardio machen. Und ihr könnt auf jeden Fall euch schon mal auf das nächste Video freuen. Denn wir werden auch einen kurzen Formcheck dort aufnehmen. Ich fühle mich ziemlich gut. Bin nicht hungrig oder sonst was. Äh, ja. Jetzt fahren wir erstmal. Jetzt sind wir hier im Nice Athletic Club Premiere auf meinem Kanal. Ich war hier erst einmal. Aber jetzt gibt es das Video. Wir machen natürlich erstmal eine kleine Gymrundtour. Checken mal hier die Geräte ab. Also es ist erstmal, der Vibe hier ist richtig geil, wenn man hier reinkommt. Und ich habe, glaube ich, noch nie so viele Geräte in einem Studio geredet. Deswegen laufen wir jetzt einfach mal durch. Gucken. Ich weiß, dass hier alle Geräte stehen, die ich für mein heutiges Push-Training theoretisch bräuchte. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich hier einfach neue Geräte ausprobieren werde. Fangen wir direkt mal an mit ein paar Raritäten. Ey, Squat, die braucht kein Mensch. Absolut unnötiges Gerät von Hammerstreng. Dann haben wir hier den originalen Paramount-Panda-Double-Abzug. Hier dann praktisch die neue Version. Die synthische Schulter hatte ich auch nach. Ich glaube, das ist sogar die von Paul. Aus dem Powerhouse in Oehringen. Jim Leko am Start. Sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Okay, das ist einfach ein Loro. Das ist ein neuer Raum, wollte ich mir sagen lassen. Hier ist auf jeden Fall sehr anaboles Licht. Und hier sind auf jeden Fall auch ziemlich kranke Geräte. Also no joke. Preko Weidenplätze. Preko Hattenschmidt. Cypherz Weidenplätze. Cypherz Hattenschmidt. Cypherz Weidenplätze. Cypherz Hattenschmidt. Cypherz Flex Fitness Hand Traktor. Hier ist nicht nur eine Paramount Pendelon. Nein, hier gibt es einfach zwei. Das ist so verrückt. Beinpresse. Das ist einfach Squad Machine. Hier die Regulare Beipresse. Die haben wir ja auch bei uns stehen. Die Jim Leko Hip Press. Ist auch geil. Das ist noch nicht Paramount. Die Freunde, die Dinger sind so fucking teuer. Und so, ja. Und hier stehen einfach zwei. Mittlerweile, wenn ich mich hier übrieren, ist mein Pump Booster. Blattstamm 2.0. Cybex Beinbeuger sitzend. Version 1. Version 2. Cybex Beinbeuger. Das ist auch so eine Arschmaschine. Wie man so nach außen macht. So, gehen wir mal weiter. Freunde, für mich ist es hier ein richtiges Paradies. Ich glaube, ganz viele Menschen, die hier trainieren, wissen gar nicht, was es hier für Geräte sind. Und das ist für sie. Hier, Rezept Presse von Jim Leko. Die werde ich safe heute machen. Die ist geil. Avenger Seilhebelmaschine. Ultra altes Gerät. Kriegt man eigentlich gar nicht mehr. Magnum Row. Aber die habe ich noch nie gesehen. Mit diesen bewegbaren Lücken. Flex Originale. Flex Fitness. Brustfressen. Flachschläge. Schulterknitte. Noch eine Schulterpässe. Noch eine Flex Chest Press. Für ein Cybex Multifressen. Alter. Das ist krank. Ich könnte hier auch wieder 10 Stunden lang trainieren. Gehen wir hier durch. Nautilus O-Bit Press. Nautilus O-Bit Press. Inclad Press. Hier, wie gesagt. Und der könnte ich heute theoretisch trainieren. Mal gucken, ob ich es macht. Auf der anderen Seite haben wir die ganzen Nautilus Geräte auch nochmal plate loaded. Plate loaded, plate loaded. Zweimal. Zweimal. Nautilus Lack Pulldown. Die hier werde ich machen. Die ist richtig geil. Die ist richtig richtig geil. Die sieht auch mega gut aus. Was ist denn das? Steht nichts dran. Dann die OG Paramount Chest Press. Wir haben ja die neue jetzt bei uns im Invictus stehen. Gym Leco. Ja, jetzt muss ich überlegen, mit was ich anfange. So, erstes Warm-Up ist durch. Wieder zwei Sätze Hanging Leg Races. 50 Wiederholungen Trizeps Strecken. Bisschen einahmige Pullover am Kabelzug. Einfach damit wir schön warm sind. Ein bisschen Lat ziehen. Ich mag das, wenn der Rücken auch ein bisschen warm ist fürs Push-Training. Jetzt mische ich mir hier mein Part 1 Intra an. Diejenigen, die mich auf Instagram verfolgen, wissen, was es hier gibt. Eine ganze Flasche Explore Sport. Entspricht so circa 20 Gramm Carbs. So. Das trinke ich so. Während der ersten ein, zwei Übungen leer. Und dann kommt der zweite Part von Intra. Gibt es dann im späteren Verlauf des Videos. Und zu diesem Explore Sport gibt es noch eine Portion Vasolyd. 10 Gramm. Das sind unsere Elektrolyte. Da ist auch noch Taurin mit drin. Also perfekt für all diejenigen, die während des Trainings erstmal viel schwitzen. Einen besseren Pump wollen. Wir haben hier auch noch Rote Beete mit drin. Und für alle Wettkampfathleten, die etwas nehmen, das auch die ganzen Asthmatiker zu sich nehmen. Und an Krämpfen leiden. Taurin hilft. Sprich, gönnt euch das Vasolyd mit Jam 10. Könnt ihr mich sehr gerne bei bigdinosound.de unterstützen. Also erste Übung. Jetzt hier Y-Race am Kabel liegend. Auf einer Bank. Mit Kaffs fühlt sich für mich einfach am allerbesten an. Ein paar kleine Tipps und Tricks. Wenn ihr jetzt hier im Stretch seid, stellt euch vor, dass ihr die Arme in die Richtung drücken wollt. Und dann wandern die nach außen. Stellt euch nicht vor, dass ihr irgendwie nach hinten wollt, sondern wirklich nach außen. Und Endkontraktion ist wirklich hier. Natürlich haben wir dann auch ein bisschen hintere Schulter mit drin. Bisschen oberen Rücken. Aber wir haben auch die seitliche Schulter komplett verkürzt. Und es ist auch mega, mega geil für eure Schultergesundheit die Übung. Und ihr seid vor allem warm für die ganzen Push-Übungen. So, erster Satz. Der läuft jetzt nicht ganz so flüssig, der Kabelzug. Aber das schon. Also ich habe mir wirklich, immer wenn ich in den Stretch gegangen bin, vorgestellt, dass ich meine Arme in die Wand vor mich rammen möchte. Und dann eben schön nach außen. Unglaublich gutes Feeling. Der Kabelzug gefällt mir jetzt nicht so gut, muss ich ehrlich sagen. Hier muss auf jeden Fall ein Cybex oder so hin. Oder Free Motion. Der läuft nicht so flüssig. Und der hat auch so ein komisches Stahlband. Das reibt so ein bisschen. Aber passt schon. Wir machen hier drei Sätze. Immer so 10 bis 15 Wiederholungen. Pausezeiten. Nach Gefühl. Du hast schon knascht. Ja, Mann. Seit der Verlobung. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, dass ich hier nur zwei Sätze mache. Weil der Kabelzug hat es echt nicht gut. Und dafür dann noch ein, zwei Sätze an der Seithebemaschine stehen. Die von Panatta. Aber vorher gibt es jetzt hier noch den zweiten Arbeitssatz. Boom. Die ist geil. Also, wir machen jetzt hier nochmal zwei Sätze. Safe zwei Sätze. Weil die fühlt sich richtig gut an. Und auch hier gehe ich ein bisschen höher. Nick Walker Style. Gerade wenn der Oberarm vor dem Körper angehoben wird, kickt man den auch schön weit in die Kontraktion rein. Hier seitlich wäre das nicht möglich. Also, wenn ihr die seitliche Schulter wirklich maximal kontrahieren wollt. Oberarm leicht vor dem Körper. Oberarmasti ollut antibiotic. Hoine tidiert die sich ein bisschen länger unten auf dem Finger. Boah. 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 Die erkenne ich noch, damals aus Portugal, im Mr. Big gab es die auch, aber da kann ich noch nicht den Trick mit dem Arm in den Boden drücken oder zur Wand, das ist wirklich killer. Wir haben die Brustpresse für unser Training gefunden, unsere ganz normale Nautilus Brustpresse, denn die geilen Geräte sind gerade besetzt, also einfach Back to Basics, why not. Hier kann ich wenigstens meinen Progress tracken. Hier auch wieder ein, zwei kleine Tipps. Während der gesamten Bewegung versucht ihr wirklich das Brustbein oben zu halten. Wenn ihr nach vorne drückt, stellt ihr euch vor, dass ihr euren Oberarm in die Brust drücken wollt und den Stretch, also diesen Umkehrpunkt, den solltet ihr kontrollieren, okay. Ich brauche auf jeden Fall Zusatzgewicht, weil der Stack ist tatsächlich zu leicht. Ich werde 20 Kilo ranhängen, habe auch meinen Gympin dabei und dann ballern wir hier richtige zwei ordentliche intensive Sätze raus, nur aus der Brust. Ja, es ist Zeit für die zweite Portion Intra, schön abgepackt. Wir haben hier jetzt 30 Gramm Cluster, 36 Gramm EAAs im Geschmack. Ananas, mal wieder, keine Abwechslung zur Kirsche und 10 Gramm Kreatin, 5 Gramm Beta-Alanin, 10 Gramm Bluthermin. Ich glaube, das ist alles. Jetzt mischen wir uns jetzt hier in den Shaker rein. Mein großer Shaker ist leider kaputt gegangen, weil Madame nicht darauf aufgepasst hat. Der ist einfach runtergeflogen. Ja. Du hättest schon selber nehmen können. So, den Rest trinke ich dann mit einer zweiten Portion Wasser. War ein sehr guter Satz gerade. Die Maschine, das ist eine etwas neuere Version von unserer. Läuft also ein bisschen anders. Finde ich trotzdem gut. Ich habe eins für Saalen trainiert. Ja, ich bin entspannend, passt das schon. So lecker. Zweiter Arbeitssitz. Also langsam würde ich sagen, habe ich große Schultern, weil mein Kopfhörer wird immer auf der Schulter liegen, wenn er mir rausfliegt. Zwei Sätze sind rum, zwei sehr gute Sätze. Und jetzt machen wir weiter mit der Butterfly Maschine, die ich euch vorhin gezeigt habe, nicht unbedingt ausprobieren möchte. Was zeigst du? Ah, Almost Netty Werbung. Freunde Code Jam, wenn ihr noch Bandagen braucht. Okay, absolut geisteskranker Butterfly. Ich weiß nicht, welche Marke das ist. Ich glaube Max Pump oder so. Also wenn ihr diese Kontraktion spüren könntet, das ist verrückt. Das ist, man kann die Brust so richtig schön nach unten squeezen. Verrücktes Feeling. Keine Schulterschmerzen, nicht. Killer Bear Butterfly. Nachrichten Better, wenn ihr jetzt hier. Ich bin sehr nah. Ich bin sehr nah. Ich bin sehr nah. Ich bin sehr nah, das Handy w Truck wurde. Du kannst dich zurück. Du kannst dich reißen, nicht. Du kannst dich so richtig machen. Ich bl 말�을 mal, das Handy manipulation. Ich bin sehr nah. Ich bin nach oben. Hat man erst gesehen, wie fett die werden? Alter, heftig. Zwei Sätze hiervon. Aber ich könnte ja auch wieder 10 machen, weil sich das so geil anfühlt. Ich bin so ein Nassmann. Letzte Brustübung für den heutigen Push-Tag. Wie gesagt, ich habe jetzt nichts Neues ausprobiert tatsächlich für die Brust. Wir machen jetzt hier einfach an der Cybex-Multipresse weiter. Die Schnellbank ist komisch. Zeig die mal. Die ist mir zu schräg auf der Einstellung und zu flach auf der etwas flacheren Einstellung. Mal gucken. Aber wir haben jetzt drei Platten pro Seite drauf. Und jetzt gehen wir nach unser Bestes. Oh! Die Schnellbank ist nicht so. Die Schnellbank ist nicht so. Hier schlägt man sich überall an, Mensch, das waren sieben halb Reps. Ziemlich solide, passt für mich, mit so einer anderen Einstellung, der Bank und so, also bei mir im Studio, im Invictus, hätte ich jetzt Safe 8 geschafft, aber es ist völlig in Ordnung, war auf jeden Fall Progress für meinen Kopf. Jetzt reduzieren wir auf 120 und dann machen wir noch einen Arbeitssatz in einem etwas höheren Wiederholungsbereich. 223 Kilo passt, oder? Schaut mal in die Kommentare. Wie gesagt, ganze Formcheck gibt es im separaten Video. So, back off set, let's fetz. Das war auf jeden Fall zweimal Versagen, bis nichts mehr geht. Und wenn ihr dann schön aus dem Zielmuskel arbeitet, dann braucht ihr auch keine drei, vier Sätze, aber das ist natürlich auch ein Skill, den man erstmal lernen muss. Und je fortgeschrittener man im Training ist, umso weniger Volumen braucht man, denn es fällt einem dann definitiv leichter, den Muskel zu reizen und zu stimulieren. So, wir machen weiter mit einer Trizeps-Compound-Movement. Normalerweise würde jetzt die stehende Jim Lekro-Bustpresse anstehen, im Enggriff. Ich mache jetzt hier die Dip-Maschine von Nautilus, die wir auch im Invictus stehen haben. Ich finde hier jetzt gerade keine andere Dip-Maschine, die ich gerne ausprobieren möchte. Aber dafür die nächste Maschine, für den Trizeps, wird was Neues sein. By the way, habe ich gerade die Aufnahme, die ihr gerade gesehen habt, von meinem Rücken hier an der Maschine. Und der Rücken ist auf jeden Fall noch sehr streifig. Ich würde allgemein sagen, dass ich noch ziemlich fettfrei bin. Bei mir ist es halt immer mit dem Wasser gesund. Ich merke schon wieder, dass mir so ein bisschen zu doll den Kopf zerbrecht. Aber ich glaube, das ist völlig normal. Man versucht immer so ein bisschen an der Form festzuhalten. Sollte man es ja nicht, aber man versucht es dennoch. Absolutes Killergerät. Gewicht-Stack Barista. Zeig dir mal. Wer da Full-Stack macht, man, werft nicht so hin. Body Masters, Overhead Trizeps Extension, 10 von 10, no joke. Absolut, guys, krankes, please. Wer die hat, kann sich gerne bei mir melden. Ich kaufe die ab. Die wird, also, ist gut. Fühlt man sich fast wie Nick Walker. Hammer. Drei Sätze hier, davor haben wir überall zwei Sätze gemacht, hier jetzt noch drei, weil der lange Trizipskopf bei mir ein bisschen fehlt und die Überkopfvarianten da einen ziemlich guten Job machen. Wieder zurück in der Wohnung, frisch geduscht, ich fühle mich richtig gut. Es ist 1 Uhr, ziemlich spät, die letzte Mahlzeit steht an, ich zeige euch was es gibt. Ich habe übrigens in der Stadt einen kleinen Carrot Cake gegessen und noch so einen Hot Dog und habe dementsprechend eine Mahlzeit jetzt weggelassen, beziehungsweise ich lasse nur die Carbquelle weg und ergänze dann praktisch das Protein. Das wäre jetzt Rinderhüfte, 250 Gramm, aber ich habe Bock auf Skirr, Quark und ein Proteinpudding in Kombination mit dem hier, das Risotto, das habe ich dann heute Mittag nicht gegessen, das wird jetzt gegessen. Hier sind 100 Gramm Beeren, hier kommen jetzt noch 200 Gramm Magerquark, 200 Gramm Skirr und 200 Gramm Proteinpudding rein. Hier sind noch meine Subs, Omega 3, Kidney Plus und so weiter und dann war es das auch für heute. In diesem Sinne, ich hoffe der Vlog hat euch gefallen, vielleicht vlogge ich morgen nochmal, ansonsten mal schauen, gibt es auf jeden Fall am Montag nochmal ein Video aus dem Nice Athletic Club und hiermit melde ich mich ab, macht's gut, haut rein.